Noch 100 Stühlen zur Nacht. Das ist schön. Und hier noch irgendwo ein bisschen Wädeln, ein bisschen Fahnenwädeln. Jawohl, das reicht. Für den Fahnenwebel. Das Männchen stellt seine ganze Stärke zur Schau. Das Weibchen zu beeindrucken und für sich gewinnen. Das Weibchen zeigt sich wenig beeindruckend. Genau. So, wie schaust du aus? Du hast eine Fettgiftung und bist fruchtbar. Alles klar. Oh, wir können hier hinsiedeln. Nachdem wir hier ein Bett gebaut haben. Schön. Dann schlafen wir jetzt mal ne Runde. Bei der Clan sind ungefähr den Clan von zwei bis drei Clanmitgliedern eingerichtet. Abgeschlossen. Okay. Das heißt aber wir brauchen noch ein paar Betten. Okay. Wenn wir mittlerweile Energie für irgendwas aufbringen. Okay. Ich nehme jetzt auch mal die Motorik. Weil die Tickets haben wir noch nicht. Fähigkeit der Gegenstand von der Hand in die andere zu wechseln ist erworben. Wow. Das sind echt krasse Dinge, die wir hier machen können. Weitere Interventionen nötig. Ja und ich glaube da müssen wir hin. Lebe besitzt eine erhöhte Fähigkeit Nahrung zu metabolisieren. Die Spantanik geht jetzt schon. Mutation wird aufgedeckt werden, wenn die Lebe erwachsen hat. Ah, Zeitweite. Ah, achso. Auch sehr gut. Dann werden wir jetzt aber noch schnell ein weiteres Bett bauen. Damit unser Clan auch hier komplett lächtigen können. Auf die Art und Weise kommen wir dann auch immer wieder ein Stückchen weiter durch die Gegend. Ist das geil. Ah, ist okay. Da ist irgendwo eine Stange. Da will ich gar nicht hin. So. 1. Das geht lieber auf der Seite hier. Die sind dann noch weniger schnell. 2. 2. 2. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 4. 5. 6. 7. Oh, ganz neue Müdlichkeiten. So, kommt weg zu. Oh, zwei Stück. Ja, hier komme ich und bette dich. So, dann müssen wir die Hand wieder wechseln und das dazuschweißen. Und dann können wir einen Baukopf haben machen. Und wir bauen das genauso wie echte Menschen. Ja, und einfach so lange in den Dreck, bis es fertig ist. Jetzt müssen wir eigentlich viel Neugier haben. Jetzt machen wir noch einen Schlaf. Bis es dann morgen ist. Und es kann ich mit dir sein. Sehr geil. Zufälligerweise wird es hier kalt. Wer hätte das erwartet. Das ist noch ein cooles andere Typ. Den will ich halt nicht auch gerne für unseren Stamm gewinnen. Ja. Ja. Vielen Dank. Mal sehen, ob das da, wie gut da ist, bis wir wieder da sind. Da ist der andere Typ. Da unten, okay. Dann haben wir wieder. Dann haben wir wieder. Okay. Ich bin mir nicht sicher, ob du vielleicht unser nicht-Klan-Land bist. Komm, ich glaube, ich drück mal zum Lappen. Na komm, ich bin... Kamera-Steuerung ist nicht so einfach. Aber spielst du lieber mit dem Controller, haben sie gesagt. So, teilen. Eben. Eben. Ein Wälder vielleicht? Achtung, zum Dienstes. Habe ich hier... Guck mal, das daneben hätten wir auch direkt... Noch mehr Zweige. Oder die wir vielleicht ein Zweig haben. Und du hast kein Zweig. Ist okay. Wenn du kein Zweig haben willst, dann kriegst du kein... Das Zweig kann ich nicht noch nutzen. Mehr tote Zweige. Hier oben muss es noch was zu essen geben. Kapokfasern. Kapokfasern. Alter. Mehr Kapok. Tote Ovalid. Da will ich hin. Rausfählen, wie man rüber gestorben ist. Das bringt Intelligenz. Was haben wir denn da? Essen. Ich habe über Axt. Bitte sich um den Mutterfall, wenn ich sowas mache. Komm. Siehst du das? Ja, das geht doch. Den werde ich jetzt gar nicht haben. Wenn wir schon mal da sind, können wir auch wieder reißen. Ich habe keine Ahnung, was es war, aber es hat mich angegriffen. Und ich wollte da jetzt nicht unbedingt bleiben. Ja, es war das kleine Tierchen von Anfang an. Das da oben ist dann offensichtlich das Nest von ihm. So, wenn wir schon hier dabei sind, Stammesmitglieder zu sammeln. Ihr seid wahrscheinlich meine Stammesmitglieder. Das ist okay. Ich heiße es, wenn ich sowas mache. Ich habe das schon mal erwähnt. Was da draußen, was man hört, oder vielleicht gehört, gehört zum Großstadtdschungel. Ist ja auch eine Art Dschungel, von daher... Alles gut. Wenn das da oben unser Anfangsfreund ist. Ist das sehr lustig, dass der Vogel einen nur zwei Meter weit gebracht hat. Das hier ist übrigens schlimmer als Assassin's Creed. Definitiv schlimmer. Was habe ich denn da? Ach, das ist nochmal so kaputt. Okay. Okay, okay, okay. Das nimmt er noch gerne gar nicht. Ja, genau. Das Motiv wollte ich eigentlich nicht runter. Ach, guck an, der hinten so. Da hinten ist der andere, alles klar. Ja, komm, komm, da bist du mal drauf. Äh, ergreifen. Lass mich jetzt hier. Ja, das ist eine neue Nahrung. Ich wollte eigentlich nicht den anderen Typen da... ...ausgereiftes Motorik. Das ist gut. Dann isst schnell die Nahrung, dann ist sie weg. So, den wollte ich nämlich analysieren. Das gibt nämlich wieder Dinge. Lustigerweise haben wir in beiden Händen was drin und wir können automatisch damit trotzdem noch Dinge tun. Das war nicht super. Autsch, ich glaube, das war ein großer Knochenbruch. Ein wirklich heftiger Knochenbruch. So, nimm du das nochmal. Lass mal. Okay, wenn du dich schon so anstellst, dann lass mal. Lass dich das nicht mehr drüber. Bei dem, die haben auch eine gute Runde, wenn ich das nicht sehe. Okay, hier... Nee. Ich kann dummerweise nicht sagen, lass dich, lass mich fliegen oder sowas. Oder lass mal kurz die Körper wechseln. So, das Füßnis ist besser, das ist gesund. Aber jetzt kriegen wir erstmal die Übelkeit wieder weg. Ich finde das saugeil gemacht, dass man da verschiedene Dinge machen kann, um verschiedene Stati wieder zu neutralisieren oder zu bekommen. So, du bist jetzt gleich erstmal daheim, das ist schön. So, Expedition melden. Wir haben ein neues Mitglied. Weiß. So, ich lege mich mal hin. Lass das Kinn absetzen und gehen wir in die Evolution. Ah! Ausgereiftes Neuron. Dann gehen wir doch mal hin. Reaktion auf akuten Stress ist die Verbindung sichergestellt. Verbessert sich die Reaktionszeit für Flucht und Anteil. Sehr geil! Für den restlichen Quatsch müssen wir aber noch Dinge tun. So, wenn wir schon dabei sind... Ich würde gerne... ...den anderen Teil analysieren. Oder dich. Du bist ein Single. So. Wechseln wir mal den Kollegen. Was hast du denn da in der Hand? Die müssen wir tauschen. Wann ist das hier? Hier. Ähm. Was hast du denn da in der Hand? Achso, du hast noch den Stein. Ich erinnere mich. Tee. Okay, jemand anders hat den Stein analysiert. Schon haben wir ein ausgereiftes Ding. So. Ich würde gerne, dass du... ...hier deinen Stein gibst. Okay. Ich erinnere mich. Istrix wurde mir angewiesen. Hast du da in der Hand. Ja. Ich deineieß. Oh. 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 Ich komm daily. Oh. Vielen Dank.